Was hier einer Fata Morgana gleich durch die Wüste Dubais gleitet, ist die Verkörperung der Luxus-Chauffeurs-Limousine schlechthin, der Maybach 62 S. Oscar Wilde hätte gemäß seinem Motto, für mich ist das Beste gerade gut genug, seine helle Freude an diesem Automobil gehabt. Denn stilvoll reisen bekommt im Maybach 62 S eine ganz neue Dimension. Business Jet auf Rädern, so preist der Hersteller das High-End Gefährt an. S, das steht für Spezial, heißt, den Antrieb übernimmt ein 612 PS starker 12-Zylinder-Motor, der den Sprint von 0 auf 100 in nur 5,2 Sekunden absolviert. Damit ist der 62 S die stärkste Chauffeurs-Limousine der Welt. Ein Superlativ an Exklusivität auch im Innenraum. Liegesitze aus feinstem Leder, Klavierlack und Carbon bestimmen das Ambiente. Die Champagnerkelche sind aus Stirling-Silber vom Markenlogo geziert und selbst Wassertrinker werden angemessen gediegen versorgt. Für Arbeitswütige gibt es ausklappbare Tischchen und überhaupt wird jeder Sonderwunsch ab Manufaktur erfüllt. Insgesamt kann der Kunde aus über 2 Millionen Möglichkeiten wählen, sein zweites Wohnzimmer nach persönlichem Geschmack zu gestalten und auszustatten. Die finanzielle Grenze ist nach oben offen, aber wer im Fonds seines eigenen Maybach 62 S Platz nehmen kann, für den sind Preise ohnehin längst Schall und Rauch geworden.